Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2 Online. Heute mit dem Relax-Klex-Konzentrator und dem Empiriclex-Doppler. Warum bin ich hier? Okay, im Buckfish-Stadion geht's los. Mit einer der schlimmsten Waffen. Der Sniper. Und dann auch nur eine Tintenwahl als Sekundärwaffe. Oh Gott. Ist zwar an sich ganz gut für Leute, die mit Sniper umgehen können. Nein! Den hätte ich machen können, das gebe ich gerne zu. Es tut mir leid. Mein Hals geht es gerade nicht so gut. Auch sollte kein großes Problem sein. Ich versuche hier einfach ein paar Punkte einzufärben. Klar, das ist jetzt nicht unbedingt der Sinn der Waffe, aber was soll's. Oh Gott, was habe ich denn als Ulti? Oh, das ist gut. Haftbomben. Das ist wirklich nice. Das fühle ich. Das fühle ich. Stell mal hier auf. Die Curling-Bomben-Nerven. Ja, was soll's. Also mit den Haftbomben, ganz cool. Aber der Rest, ja. Ich wusste nicht mal, dass es so einen Bomb-Mage überhaupt noch in Splatoon 2 gibt. Ja gut, da unten sollte es mir relativ wenig können. Ja gut, da unten sollte es mir relativ wenig können. Aber meine Mindestpunktzahl habe ich erreicht, 500. Wie immer machen wir jetzt zwei Runden mit der Waffe und dann zwei Runden mit der nächsten Waffe. Damit das, ja, wie gesagt, das LP schneller vorbeigeht. Weil wir haben anderes zu tun. Ach, komm schon. Es ist aber auch zum Teil verdammt lächerlich. Was? Hätte ihn, hätte ich doch töten müssen, oder nicht? Das, ne. Kann ich nicht verstehen. Das war doch offensichtlich ein Kill. Zweimal vor allem. Und ja, ich merke gerade, dass es viel zu leise noch für euch ist. Tut mir leid. Tut mir leid. Bis gleich. Backfisch-Stadion. Mal wieder. Ich sollte einfach einsehen, dass die Sniper nicht gut sind, um einzufärben. Aber ich möchte nun mal gerne viel einfärben. Okay, es geht nicht. Ich habe wirklich ein sehr, sehr schlechtes Timing. Ich weiß. Ich weiß. Okay, ich habe mich verschätzt. Gebe ich gerne zu. Nein, was mache ich denn, ich vollidiot. Wenn ich irgendwie meine Spezialanzeige vollkriegen würde. Die sind immer ein Stück zu weit weg. Die sind immer ein Stück zu weit weg. Oha. Mir wird auch immer so viel abgezogen. Da kann man es einfach nicht schaffen, die Poi zu bekommen. Und ich schaffe es mich nicht, ich schaffe es nicht, mich richtig aufzuregen. Hört man wahrscheinlich. Ah, sieh. Na, 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 na. Na ja gut. Danach müssen wir nie wieder mit der Waffe kämpfen. Komm, wir müssen das wenigstens irgendwie gewinnen. Mann So lässt es sich nicht gescheit aufnehmen Aber zwei Kids, immerhin, oder? Wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, das hier ist er. Ja, wartet noch kurz auf mich. Ja, das ist er. Ach komm schon, gönn doch mal eine andere Map. Aber mit den Doppelern komm ich ja bekanntermaßen besser klar. Einfach weil es eine normale Schusswaffe ist. Also eine normalere. Ja. Ah okay, das ist die Waffe. Ich weiß grad nicht mehr wie es heißt. Sorry. Aber man fliegt in die Luft und kann von oben abschießen auf die Gegner zum Beispiel. Ist mega cool, wie ich finde. Aber ich finde es mega schwer damit jemanden überhaupt zu treffen. Was ist denn das für eine Waffe? Hallo. Ich konnte nichts machen. Von wo denn überhaupt? Und als Sekundärwaffe habe ich eine Curlingbombe. Kann man mal machen. Wieso springt der denn nicht so awesome wie im Story Mode? Nervt mich nicht. Du wirst sterben. Ja genau. Ach komm, das ist doch lächerlich. Wie ich trotzdem sau wenige Punkte habe. Obwohl die Waffe viel geiler ist. Was soll's? Frag mich immer noch was diese blöden Dinger bringen. Den habe ich vorhin schon getötet. Den Ali. Was ist denn das? Ach so. Eine Mine. Nicht die blöde. Gegenschirm scheiße. Ja alles klar. Hä? Verstehe manchmal nicht wieso solche komischen Leute die Cates killen. Mist. Na doch. Es ist ein Sieg. So. Machst du mal. Du, 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 du. Du, 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 du.. machen wir gleich weiter ok letzte map also letzte runde link 98 super mario odyssey da wird mir bestimmt jetzt seine ballons schicken und was ich eigentlich sagen wollte ja wieder die gleiche map in der letzten runde ist schade aber was wollen wir denn tun ach komm schon jedes mal das gleiche nervt mich nicht jedes mal die dullis die von hinten kommen ja 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 Warum sterben die nicht? Was konzentriere ich mich überhaupt? Ja, vielleicht kann ich mich auch kaum konzentrieren. Gebe ich gerne zu. Ich gehe mal ein Stück zurück. Nein, 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 nein. Warum denn? Oh, das sah sogar mal skillig aus. genau so sollte sein ja genau so sein gut war aber die erfolgreichste runde wie ich finde und die beste für die waffe ich bedanke mich auf jeden fall bedanke mich auf jeden fall hier wieder mich für eure aufmerksamkeit dieses part wünsche euch noch einen schönen tag bis zum nächsten mal tschüss bis dann da sieben kipps und